um ich bin in der der Kiste er hat die Leute diesmal der Füße 3 Schule das ist es soll werden wie wir haben denn die Verloren amal wenn ich auf ihn schießen der Arme nicht ihn mit dem Waffenmotor na das nicht ich habe keine Waffe aber die falsche richtung ja ich dachte wird abhauen deswegen ist es eigentlich auch so mit einmal hauen einmal hauen ist frei ich stehe hier oben jetzt macht die augen auf wie du fliegst siehst du wie du fliegst jetzt bin ich runtergefallen zurück auf dem boden der realität auf dem boden der tatsachen alle alle sind sie hier vorne ist ein bisschen zu kuscheln nein warte weil warte mal jetzt die ganze wieder raus wollte mich auf offene mehr fahren ja eigentlich schon schaffen wir nicht bekommen unter die brücken nicht durch klar indem wir einfach die masten absäge will nur ich bin gleich zu haben hier nur um die kann man noch mal so eine komische muss machen ja das wollte das ist ein welcher gleichzeitig naja stimmt ja na dann werde ich jetzt mal ein bisschen mitpimpern ich bin letztes geflogenen portal ja das stimmt ja die aktion trocken 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 das gibt es noch so andocken was will was dann docken da machst du somit so und so und mann machen auf der mädel der schaft also da auch gott ist keine bitte keine dinger werfen auch nein ich geh nicht so ein bisschen was so ich glaube es klappt nicht der kohle trinken wir kommen hier durch das funktioniert das gut ist wenn du sitzt fliegst du nicht rund das ist das gute daran ist das gute drin das wasser trinken erst mal dauer wir waren so weit wir waren so wir haben seit ich nicht auf der wir wollen vor der auf dem Meer jetzt nein ich will nicht auch ein leichter reich sie sind sie schon mal ein Job oder so nein so ein ganzes Boot ich will noch mal sagen es machen also ja ich suche gerade in der Lage Nein, ich will hier nicht in den Kreis ab. Wie viele Leute sind wir? Ja. Posti. Wir sind sieben Leute. Posti scharf lagert. Hast du einen Geistrennt oder so? Erstellt das von irgendwelchen Leuten? Ja, ich such grad eins. Okay, okay. Ich bin schon gespannt. Zur Not können wir auch Stress aufm... Ach nee, da kann man bis vier machen. Posti. Posti. Ja? Ja. Nach dem Lager ist auch ein Boot, der kommt grad zu uns. Echt? Hammer geil. Ja. Echt denn ein Boot? Ja, der kommt da doch. Ach, da kommt er, da ist doch das Boot. Ich seh's nicht. Ach da! Oh, ich seh's! Ich bin der GTA! Hallo! Was? Wer in GTA? Okay? Wir wollen jetzt erst mal ein Boot machen und dann... Ja, jetzt haben wir mal ein Boot. Und dann machen wir GTA. Ja, dann holt dich aber auch ab. Nee, 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 nee. Nee, das kann aber nicht wahr sein. Nee, das kann aber nicht wahr sein. Ohrengellt der auf uns. Tosni, Tosni, halt mal kurz an. Nein. Wimms, hättest du kurz an? Natürlich nicht. Mach das nicht, Wimms. Das wär schon an euch vorbeigekommen. Ja, das fährt viel zu schnell. Nein, ich will dich saugen. Ich will dich saugen. Wimms geht's dir gut. Danke. Nein, ich hab ein Problem. So, erstmal Helmabsetzung oder schon oder schon. Marvin hat uns grad in die Luft gejagt, oder? Was? So, wir fehlten jetzt noch. Das nie. Das nie. Das nie. Was ist denn? er ist heimlich ein bisschen ich würde auf meinen Schiedlern gewünscht er ist in der Regelung und wir sind aber ganz für die Prüfung von Mauer und die Erkennung wie sie direkt alle verschießen mit die wir könnten die Brüder nicht wir wollen sie nicht wie du da hängst, Alter. Ich bin wieder ins Wasser geflogen. Nein, ich will nicht tauchen. So, da steht jemand immer an meiner Schlusslinie. Was? Nie? Oh, Leute. Ich war das nicht. So, aber jetzt, jetzt, Leute, Waffenfrieden jetzt, Freunde, jetzt Waffenfrieden. Nö. Fürs Erste. Loll. Alter, Rini. Hey, wieso denn jetzt? Auf wem's? Wieso? Oh, Waffenfrieden, sagt er, ja. Oh, Waffenfrieden, sagt er, ja. Alter. Willms, du, Wixas. Jetzt wartet mal mit dem Boot, wartet mal mit dem Boot, wartet mal mit dem Boot. Hier kommt der eh nicht durch. Wenn Willms weitermacht, jage ich das ganze Boot in die Luft. Okay. Nein, 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 nein. Wo ist denn Willms? Ich bin die friedende Person. Die friedende Person, ey. Wer ist das? Friede. Nee, was soll das? Friede. Oh, das ist gut. Oh, das ist gut. Also, ich hab irgendwie, ähm, das Brutalseiten liegt an dem Namen Danny, hab ich irgendwie so das Gefühl. Äh, genau dasselbe mach ich ja auch immer. War nur gerade Rache. Na. Ja. Ja, es muss am Namen liegen. Hey, Alter. Warum? Nicht an der Persönlichkeit. Nee, es liegt am Namen. Ich mag dich doch. Ja. Nein, nein, nicht das M-M-M-M. Dann können wir uns wenigstens abballern. Genau, lassen wir jetzt ein Rennen machen. GTA-Rennen, jetzt muss ich mir erst mal ein paar Aggressionen rauslassen. Aber dann nicht mal alle, ujah ! Jahrhäuser Zorr nelene Stroele Unger brandweb in der Plattung der und sich Και einsch Plein auch neun italiano B und gravel und er nie ja du und nett du wirst gar nicht nett wenn wie nicht wie du kannst durch den Stein schießen ja ich noch nicht wer hat dann auf mich geschossen? ich nicht doch das sieht aus wie NEIN ach nö wir brauchen eine Einladung schnell schnell Einladung geht da rein das kann es dauern kann sich noch was jetzt Rage Modus Age Modus, Mann, ich werd so alt, ey, jetzt geht's richtig Age habt ihr, habt ihr ein Spruchspotwagen? NEIN! Hallo! Ja ein was? Nein, mach Sportwagen, Danny, du hast den, ich hab keine Karren mach Sportwagen, Sportwagen hat auch einen Sportwagen ach, ein Supersportwagen, ich hab sogar zwei eine Superstotte geil ich hab keine Ahnung wieviel so oh, ich wollte die krass killen, wer hat die gekillt? ich lade doch einfach die ganze Sitzung ich hab gar nichts gemacht Posten nie ja ich bin doch immer nett und fuck ich wurde getötet, die Einladung wurde jetzt abkannt an Fab Guardiola Irish ja da soll die ganze Sitzung rein? spät nein, weil wir haben doch noch andere Dinge oh Marvin, du kommst da rein, du hast direkt wieder verlassen oh, was machst du denn? oh Marvin, ey oh, ey, was soll, das ist, oh Marvin hab ich schon erwähnt, ich bin Level 100 hab ich schon erwähnt, ich bin Level 100 ist ein Bob ja mit Level 100, das ist ja gar nichts Neues ja, mit Level 101 ist man scheiße ja, du hast Geld für mich und ich stehe dazu Iris alle bis 25 sind echt richtig cool, wa? lass mal alle um bis 25 sind alle richtig cool, ja? denn bis, bis 100 alle scheiße aber ab 18, ja? denn bis, 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 bis 99 alle scheiße und ab 101 wieder alle scheiße ja, cool ab 170 das ist von oberst scheiße und ab 170 ab 170, da ist man echt, äh, da sollte man schnell erlebt werden da wird nicht mehr erwähnt ja, so schlecht, das bis 213 ab 200 ab 200 ja das war wieder cool aber 201 ist dann wieder, naja nee, 201 ist schon mehr scheiße aber 213 ist so eine Ausnahme, die ist auch wieder cool ja, außer am Freitag den 13, da ist der scheiße boah na endlich wie? heute haben wir langsam Zeit, äh, mit euren scheiß, ey, guck dir überhaupt nix tja, was nehmen wir denn für'n Wagen, ey ja, ein Sportwagen ich dachte, wir machen Supersportwagen na nee, dann meckert Horst Niel und Bülms ja wieder rum ja, ich hätte gar nicht gemeckert, weil ich habe, ich habe einen Supersportwagen aber kann sein, dass du 2014 mich gewettet hast was, liebe kann sein, dass du auf mich gewettet hast nein, ich habe auf mich 100 gewettet nur weil du wirst, dass ich immer wieder bei dem Rennen gewinne ich habe auf mich 100 gewettet, wie du so auf mich 100 gewettet, wie du so auf mich 100 gewettet äh, kugelt sich hier rein drinne ja ja nein, nein, nein dafür habe ich einen guten Start hingelegt ja, ich nicht wirst du kenn ich schon kenn ich schon ey Danny ja, ich wollte dich erst mal ausschalten sag, sag einfach Qo Gamer Tosny, Tosny? nein, Danny Tosny, wir schießen dich auf uns, ok? ne, machen wir nicht ist in Ordnung? ja, ist in Ordnung ok ich muss jetzt erst mal wieder aufhören oh, ich krieg'n Rapp, ey haha haha wir müssen die Luft geflogen ja, ne das soll er hm weißt ja nicht, wie ihr das seht, aber aber mir macht Spaß ja haha ja, ich bin grad noch drin ich bin siebter von Frau, das gibt's doch nicht alter Danny erster Fabi, ey ja, wo ihr mal scheiße, ey ey ey, ja oh, oh Tasi lol das war, äh, ein bisschen überreichend Slender, äh, als Auto ist auch nicht schlecht Schlenderman jo sag mal, wie lang ist denn das Rennen, wenn ich mal fragen darf? sehr lang tschüss 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 komm, komm, ich warte auf dich und, äh, wir ziehen uns im Winter gegen den ok ich mach das Rennen Spaß hier warte, ich mach, ich fahr ein bisschen langsamer ich bin gleich, bin, bin, bin dran, ey, gib Vollgas also, alles klar ich geb Vollgas ach, eilig ja bitte was? jetzt holen wir auf, jetzt holen wir auf los geht's, los geht's die absolute ich hab nicht den Wünschern gekommen doch ich bin gut ich bin gut ich hab mich erteilt ich kann das hier oh, nice, 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 nice wer ist das Ey, Marvill schimpft zusammenarbeiten nee, du nicht was ist die vorbeikommen Eiter, nice, Alter, nice so läuft so läuft ist ja nie mehr drin man sieht aber jetzt ja, ob es sehe ich noch ausgeflogen hat was danke, schön was also Das ist göttlich. Oh Gott, ich bin rot. Du hast ja einfach die Nacht über mich. Es tut mir leid, Mems. Warum? Ich muss erst mal ein paar Granaten verteilen. Null. Wer ist letzter? Ja, und ich werde wieder getroffen. Wer ist letzter? Wer ist er? Ja, hallo? Frieden, Frieden, Frieden. Ja, okay. Allein wartet, warte ich Gott auf mich. Ich bin sicher. Nee, 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 nee. Das war's. Das war's. Komm, 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 komm. Sehr genau. Feierabend, ja, nice, 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 nice. Wenn mir zu gefällig wird, du hast eine Haftbombone. Oko, das ist geil. Sehr gut. Wer gerne aus dem Auto. Auflage. Und nein, ich hab drei gedrückt. Oh Gott. Ah, Dreieck ist ein super nitroil. Ja, drei gedrückt. Ja, das soll ich mir ausprobieren. Wenn ich es ausprobiert, ist es cool. Wie ist es noch mal respawner, Dreieck? Wie seid ihr so schnell? Ich komme nicht mehr rein beim zweiten Mal. Kann man mal so anhalten. Nee, ich bin so schlecht. Ich bin letztendlich mit Abstand. Aber wenn ich fahre, fliegst du in die Luft, weißt du. Oh, das ist natürlich schlecht. Ja, also. Ich bin so gebombt. Wer hört auch gerade Non-Stop-Pop? Achso, ne, ihr nehmt ja auch. Die Aufnehmer ja gar nicht. Ich höre Westrock. Hör mal, Non-Stop-Pop ist voll cool. Auch wie immer, wenn ich dran bin, werde ich getötet. Das finde ich nicht nett. Ich finde es sehr nett von denen. Weil, das sichert mir den dritten Platz. Was, das sind die Sätze? Ja, ja. Du, ich mach's mir hier nur bequem, weil es ist mir ein wenigstensautomann cruisen. Dann lass uns, dann lass uns ergericht. Das ist ein Fall. Okay.